Hier wird bestimmt irgendwo die Wache mit bei sein. Da hinten steht Tankstelle. Tankstelle könnte das die Wache sein, dass man da auch auftanken kann. Ja, hier ist die Tankstelle, sehr schön. Aber wo ist die Wache? Hast du die Wache? Nee. Ich mach da mal wieder aus, das nervt tierisch. Nee, so nicht. Aber hier könnte es wieder brennen. Potenziell kann es hier brennen. So, wo ist denn diese dusselige Wache? Hallo. Fracht. Aber warum vermerken die sowas auch nicht auf der Karte? Was soll denn das? Ach, oder da vorne. Das sieht ganz gut aus. Ah, ich hätte gleich gesagt, dass wir das wiederfinden. Alles kein Problem. Yeah. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei aufwachen. So. Halt nicht hier hinten? Ja, klar. Oh, jetzt müssen wir noch einparken hier, rückwärts. Und ich habe keine funktionierenden Spiegel. So, dann gucke ich mir erst mal an. So. Machen wir erst mal auf die Tür. Zack. Und dann müssen wir rückwärts einparken. Ohne Spiegel, ohne alles. Hier haben wir wenigstens Piepser. Ja. So, habe ich mir das gedacht. Gut, jetzt fährt er wieder vorwärts noch rückwärts. Okay. Ja. So ein VW Golf mit Heckantrieb. Der fährt nicht, wenn er aufgebockt ist hinten. Der fährt nur, wenn hinten die Räder runter sind. Oh, jetzt kommen sie alle gucken, was ich hier für einen Quatsch gemacht habe. Hä. Ja, guten Morgen. Hey, komm, ich war auch mehr als 24 Stunden im Dienst jetzt. Kann schon mal passieren. So, also wenn, dann wollen wir den noch ordentlich übergeben. Den Wagen. So. Hallo? Neue Tür zu. Geht nicht. Okay. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Die Optik ist auch ein bisschen schief. Wahrscheinlich daran, dass ich... ...länger nicht geschlafen habe. Oh. Oh. Wo ist denn hier... ...ein... ...Restraum? Das ist die Toilette. Ich will aber schlafen. Falls es dir nicht aufgefallen ist, deine Schicht ist seit vier Stunden vorbei. Hey, da du es nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise nach Hause schicken. Aha. Ich wollte ja. So, mal gucken. Die Schicht ist zu Ende. Die Schicht ist zu Ende. Spiel Tage einer. Unfreilfeiertage einer. Aktueller Rang, Feuerwehranwärter. Feuerwehrmann-Anwärter sogar. Alte Punktzahl 0. Punkte für die Schicht. 200. Zaunkontrolle unvollständig. Minus 50. Verstoß gegen das Wegerecht. Minus 50. Krass. Neue Punktzahl 100. Die Schicht ist zu Ende. Du bist ohne Alarmbefehl mit Martinshorn oder Blaulicht gefahren. Du hast gegen das Wegerecht verstoßen. Hierfür wurden die 50 Punkte abgezogen. Ach so. Wenn ich dann... Oh Gott, okay. Obwohl du für die Zaunkontrolle eingestellt wurdest... Äh, warst... Eingeteilt warst, wurde eine Beschädigung des Zauns gemeldet. Sei nächstes Mal sorgfältiger, damit du bei der nächsten Zaunkontrolle wirklich alle schadhaften Stellen entdeckst. Du benötigst noch 900 Punkte, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Okay. Äh, das speichern wir als... Äh... Neuen Spielstand. Ah, jetzt. So, Depp. Alle klar. Okay, dann würde ich sagen, auf zur nächsten Schicht. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Ha. Gut. Also beim nächsten Mal müssen wir sorgfältiger den Zaun kontrollieren. Ich... Ihr könnt schwören, wir haben den ganzen Zaun abgefahren, oder? Habt ihr was gesehen? Ich hab nichts gesehen. Kann auch sein, dass mir ein bisschen was entgangen ist. Weil ich mich ja aufs Fahren konzentrieren musste. Naja, wir werden mal sehen. Welt wird initialisiert. Dies kann je nach System einige... Stunden... ...dauern. Äh, aha. Ich befürchte ja... ...einfach mal so aus dem Bauch heraus, dass wir wieder den gleichen Einsatzbefehl kriegen werden. Dass wir wieder zur Zaunkontrolle eingeteilt werden. Und dann wird mal ein Müllsack brennen und mal... Was war das vorhin? Guten Morgen zusammen. Ein Aktenkoffer, ne? Wenn ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann Anberta. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug. Ja, wieder die Zaunkontrolle. Oh, okay. Wenn du den Feuerlöscher für den Füllstum aus dem Erscheinungsbild... Ja, hau rein. So, wir haben viel zu tun. Das heißt, wir können den alten nie so lange quatschen lassen. Sind schnell zum Dienstfahrzeug. Wir gucken uns einmal den Feuerlöscher an. Ja, der ist voll. Wunderbar. Tor machen wir auf. Klassik, holen wir doch nicht schon wieder irgendwann so eine andere Anzeige. So, funktionierst du? Wunderbar. So, dann lassen wir diesmal den Martinshorn aus. Egal, was passiert. Ja, können sie uns nicht stattsehen. So. Ja, Fahrzeug frei auf Funk. So, nicht, dass wir jetzt hier wieder... Ach doch. Was heißt nicht, dass wir... Wir werden auf jeden Fall... Andere Anzeige kriegen wegen Wege recht hier. Ja, du darfst nicht fahren. Du bist ja doof. Ja, aber das erklärt uns auch keiner irgendwie. Wo dürfen wir denn nun fahren? Wo dürfen wir nicht fahren? Und warum fährt das Ding bloß 60 gerade? Auf dem Rasen, da fährt es so 150. Und hier 60. Und hier 60. Das ist Feierabend. Da kam gerade ein Flieger runter. Ja, aber ganz krass. Ja, auch der Hintergrund. Also der richtige, der hintergründige Hintergrund. Einfach nur ein Bild. Ein bisschen Landschaft. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Hm. Ah, okay. Ich glaube, die Ecke kennen wir noch gar nicht, oder? Aber es wird auch gar nicht erklärt, wie ist denn der kürzeste Weg zum Zaun. Ist euch das mal aufgefallen? Da steht ein Helikopter. Der ist mir aufgefallen. Oh, Sprit. Sind noch von erst... Ah, wir haben erst denn ja nicht aufgetankt. So, dann müssen wir eben mal kurz auftanken hier. So, mal gucken. Diesel. Ja, stark. Naja, gut. Dann muss er die Schicht noch ohne auftanken schaffen. So. Und jetzt fahren wir mal den Zaun ab. Doof ist nur, dass der erst auf den letzten Meter irgendwie überhaupt erkennbar ist. Oh, wisst ihr, wie weit er weg ist? Wisst ihr, und dann wundern, dass wir... ...nicht schaffen hierher? Kein Wunder. Jetzt müssen wir jetzt hier unterwegs gucken, ob wir irgendwo eine schadhafte Stelle im Zaun finden. Sonst wird uns das wieder angekreidet. Egal, ich mache jetzt an. Wir sind ja auf dem Einsatz. Mein Einsatz dürfen wir ja, oder? Ich glaube. Tatü, tada. So. Ja. Oh, wie weit er weg ist. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Uh, das war knapp. Oh, da sehe ich es schon qualmen. Muss ich gucken, wo ist hier eine Tür? Ach ne, ich wollte ja da schon mitnehmen. Wo denn? Verdammt. Ich weiß gar nicht, wo es hier reingeht. Hm. Hallihallo? Was? Ich komme da gar nicht rein. So, Florian 1. Dann, äh... Zum einen sehe ich kein Feuer. Zum zweiten sehe ich keine Möglichkeit, dieses Gebäude zu betreten. Tut mir leid. Hm. Irgendwie von innen rankommen. Ist da eine Tür? Muss da irgendwo mal eine offene Tür sein. Kann ja nicht sein. Was soll das? Kommt man da rein? Hm. Oh. Da ist eine Tür. So, das schnell ausmachen. Sonst kriegen wir nachher wieder Ärger. Feuerlöschung mitnehmen. So, dann jetzt ab dafür. Komm, rennen, Junge. Platz da, jetzt komme ich. Piep-Piep. So. Wo ist das Feuer? Ladies, Gentlemen. Oh, der sieht ja auch fies aus. Krass. Pizza Ace. Pizza Ace. Ja, da kommt er natürlich raus hier. Pizza Ace. Pizza Ace. So, was hat man hier noch so? Duty Free Shop. Oh, jetzt erstmal hier schön teure Sachen kaufen. Lecker Handtäschchen und Parfüm. Und Suf. Hier. Nehmen wir alles mit. Ja, ist es. Sauf. Sauf Bier. Get drunk today. Sauf Bier. Ja. Mein Reden. Äh. Oh. Ich glaube, das war der Kaufhausdetektiv. Der hat uns beobachtet. Oh, der brennt es aber mächtig. Die Luft brennt. Da brennt die Luft. Ach, nee. Und er steht da ja ans Hitschild. Oder sitzt. Äh, hallo. Hier, Herr Kapitän. Captain Igloo. Hallo. Äh, da ist. Schön hier. Völlig besoffen. Haha, schön Klischees bedienen. Klasse. Äh, Herr Picard. Äh, Captain. Sie brennen. So, ich glaube, das ist relativ sicher. Hilfe, sagte sie. Und steht ganz gechillt hinter der Kasse. Ach, der brennt auch noch. Yeah. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft. Der Einsatz kann nun abgemeldet werden. Und alle Einsatzfahrzeuge können auf die Wache zurückkehren. Bitte melde den Einsatz jetzt ab. Florian 1, ein Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf. Oh, ich habe jetzt den Stress hier. Das ist jetzt schon wieder nach 9 Uhr abends. Und wir haben noch nichts geschafft. Hier. Das einzige richtig gut detaillierte an den Flughafen ist der Flughafenfeuerwehrsimulator. Also, die Werbung dafür. Der Flufoisi. Oh, hier gibt es auch noch ABC-Schutzsimulator. Stark. So, pass. Hier haben wir noch welche Automaten. Vielleicht so eine Fotoautomaten. Eine Selfie-Maschine. So. Hallo. Warte. Warte. Ja, Pipi. Lass mich durch. So. Tja. Und wir können jetzt wieder im Dunkeln zusehen, wie wir unseren Zaun kontrolliert kriegen. So, erstmal den Feuerlösch wegpacken. Wollen einsteigen. Und Attacke. Hallo. Hey. Wir wurden gerammt. Fiese Attacke. So. Jetzt brauchen wir erstmal wieder einen Zaun. Schlimmste ist nachher, da müssen wir auch noch die Wache wiederfinden. Sonst wird uns das auch wieder angekreidet. Oh, du hast seit über vier Stunden Feierabend. Du bist ja doof. Ja. Immer bin ich doof. Ah, verdammt. Jut. Na, du hast Feierabend. Warum hat der eigentlich, äh, wir haben noch... Ja, wir haben noch Scheinwerfaden. Warum geht denn die Tacho-Beleuchtung nicht? Die ist kaputt. Müssen wir melden. Gleich sagen, hier, wir haben wohl aufgepasst. So, wir haben hoch, was die macht. Tacho. Im Arsch. Ihr Pfeifen. So. Uah. Nicht doch. Hallo. War da noch ein Zaun? Ach, nee. Nee, der verschwindet ja gerne mal. Ich vergaß. Stimmt ja, der verschwindet hin und wieder. Oh. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine rechte Rauchentwicklung gemeldet. Wer gibt die schnellstmöglich dorthin? Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich an. Gerne. Passt auf euch auf. Ja, ja. Aber. Was ist denn jetzt mit dem Zaun? Weißt du, ihr kriegt da wieder einen Anschiss. Da wird. Ist nix. Äh. Nicht davon die Rede hier. Wow. Der hat das super gelöscht. Alles klar. Alles super. Keiner. Keiner tot. Nur wegen ihm. Nee, da heißt es dann. Höh. Da war ein Loch im Zaun. Höh. 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 So, da hinten brennt es. Okay. Wir wissen ja jetzt, wie man schnell bremst. So. Ja, warte. Äh, warte. Feuerlöscher. Hallo? Florian. Florian. Nimm den Florianlöscher mit. So. Yeah. Florian 1, ein Leitstand. Melde Fahrzeug frei. Ja. Haltet die Löschstunde nachher. Kriegen wir mal Stress. Immer wieder Ärger. So. Äh, du hast den Zaun nicht fertig kontrolliert. Ja. Wir haben Menschenleben gerettet. Äh, du hast den Zaun nicht fertig kontrolliert. Es ist, äh. Es ist, wie es ist. So. Schauen wir mal. Hier stehen eine Menge Flieger rum. Ich habe auch das Gefühl, hier stehen die Flieger mehr, als dass sie, äh, in Bewegung sind. Als dass sie mal geflogen werden. Hm. Das ökologische Aspekte hat, oder ökonomische. Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier schon wieder? Ja, hier gibt es 100.000 Bereiche auf dem Flughafen. Kann das sein? Einer größer als der Nächstes. Das ist jetzt auch, ja, das ist auch Fracht. Alles Fracht. Setz uns gerade an, wie ein Hubschrauber. Fracht, Fracht, Fracht. Ach nee, ich glaube, hier sind wir ja auch schon mal gestern lang gefahren. Kann das sein? Nach vorne der Tower. Aber da müsste ja eigentlich gleich eine Tankstelle sein. Oder ist das noch ein anderer Tower? Oh, ich sehe hier nicht durch. So, wo ist denn überhaupt der Zaun? Da hinten ist der Zaun. Okay. Oh, jetzt wird schon bald wieder... Ah, es ist schon um sechs. Das heißt, wir müssen jetzt schon wieder zur Wache fahren. Jetzt kriegen wir da den nächsten Anschluss. Nicht nur, dass der Zaun im Arsch ist, sondern dass wir auch wieder vier Stunden... Der kam doch hier gerade durch den Zaun gebrettert. Wo ist der durch den Zaun gebrettert? Da muss der doch jetzt kaputt sein. Komm, den schnappen wir uns. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Verdammt, jetzt ist er weg. Ja, ich dachte, wir können dann gleich den Verursacher mit präsentieren. Dann hier. Da ist der Typ, der hat den kaputt gemacht. Hätten wir vielleicht gleich noch in Ordnung gekriegt, ja. Oh. Na, die ist ja jetzt aber wieder... Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Wer gibt die schnellstmöglich dorthin? Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Und dass mir keine Klagen kommen. Da soll es recht heiß hergehen. Was? Da soll es heiß hergehen? Hallo? Na, da bin ich mal gespannt. Einsatz angenommen. Na, das heißt, jetzt liegt wieder alles an uns. Da soll es heiß hergehen. Da bin ich mal gespannt. Ah, hier kommt man ja nie durch. Verflixt. Da muss ich drum herum fahren und hoffen, dass wir es noch schaffen. Komm, schneller, 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 schneller. Fahr! Schneller, 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 schneller. Drei Milliarden Kilometer weiter. Da wären wir mit dem Flugzeug schneller gewesen, glaube ich. Da wären wir ja wesentlich schneller gewesen mit dem Flugzeug. Aber wir sind hier nicht im Flughafen. So, da brennt es. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir da überhaupt wieder rinkommen. Ist das gleiche? Das gleiche Ding wie vorhin, oder? Da kommen wir doch von da hinten, von der Ecke rin. War das nicht so? Schauen wir mal. Ja, genau. Oh, nee. Schnell ausmachen, sonst gibt es ja wieder Ärger. So. Ja, jetzt den Glückwunsch. Wir haben Feierabend. Wir sind wieder drüber. Gibt es wieder einen Anschiss vom Chef. Aber das, äh, wer hier Feuer löschen, das ist, ja, und dass keine andere Sau hinfährt, das ist auch wurscht. So, weg da. Weg. Oh, er rennt schon. So, wo brennt es denn? Da hinten. Ja, bitte bewahren Sie Ruhe. Hallo, guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Äh, hier soll es heiß hergehen, habe ich gehört. Hallo? Oh, Entschuldigung, jetzt, äh... Boah. Äh. Ja. So, dann wollen wir mal löschen hier. Also, jetzt hätten Sie doch ruhig schafft, denke ich. Florian Heidt sein Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Jo, geschafft. Jo, dann schnell wieder zurück zum Auto. Und, äh... Na gut, wir kommen eh nicht mehr rechtzeitig zum Dienst. Ah, stark. Wir können jederzeit Feierabend machen, wenn, äh... Wenn wir an der Stechuhr sind. Das heißt, bis um 12 müssten wir da aber noch hinkommen. Ja, nicht geschafft. ...deine Schicht aufgefallen ist. Deine Schicht ist seit vier Stunden vorbei. Da du es nicht geschafft hast... Ah, wieder nur am Meckern hier. Mal gucken. Mal gucken. Alte Punktzahl 100. Punkt für die Schicht 300. Aber... Was? Alte Punktzahl 100? War wir 300 dazukommen? Ach so. Ah, dann kriegen wir einen Abzug. Soundkontrolle unvollständig. Verstoß gegen das Wehgericht. Äh, mal gucken. Du bist während einer Alarmfahrt ohne Martinshorn... Oh... Naja, gut. Lassen wir das. Äh, speichern wir nochmal kurz. Speichern. Hallo? 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 Ah, okay. Dann speichern wir das erstmal so ab. Ich würde sagen, äh... Wir... Beenden das an der Stelle. Auf jeden Fall ist das ein fulminant, krass, toll, super, großartiges Spiel. Äh... Danke für eure Aufmerksamkeit. Ahoi! 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 scritt的時候 dr tão dem barь!